Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. In Elternkreisen ist das Phänomen wohl bekannt. Man arbeitet viele Jahre darauf hin, dass bei der Geburt süße, aber völlig hilflose eigene Fleisch und Blut zu einem selbstbewussten, mündigen Menschen oder einer Mensch hinzuformen. Unter Zuhilfenahme schlafloser Nächte und sinnloser Ratgeber gibt man sich alle Mühe, den Nachwuchs in die Lage zu versetzen, sich eines Tages selbst zu versorgen und eigenständig Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und wenn dann der Tag kommt, an dem das Objekt der Fürsorge beschließt zu zeigen, dass die Bemühungen erfolgreich waren, dann kommt dieser Tag viel zu früh und Panik bricht aus, ob man den Zeitpunkt der Verantwortungsübergabe aus Sicherheitsgründen nicht noch ein paar Jahrzehnte hinausschieben sollte. Es soll nämlich schon vorgekommen sein, dass die eigenen Kinder Vorstellungen vom Leben entwickeln, die mit den Vorstellungen derjenigen, die doch alles für ihre Mündigkeit getan haben, partout nicht übereinstimmen wollen. Dies geschieht für viele Erziehungsberechtigte völlig überraschend, waren sie doch hundertprozentig davon ausgegangen, dass ein mündiger Mensch automatisch ihre Einstellungen zum Leben und ihre Sicht der Welt übernehmen müsse. Und weil guter Rat für viele zu teuer ist, wird er gern gespart und stattdessen heißt es dann, Die Heranwachsenden sollten nur nichts übereilen und man müsse erstmal in Ruhe sehen, ob sie wirklich schon soweit wären und nicht unnötige Risiken eingingen. Die meisten Altvorderen haben nämlich die Erkenntnis gewonnen, dass Freiheit und Selbstbestimmung etwas sehr, sehr Schönes und Erstrebenswertes, Sicherheit und Stabilität aber etwas noch sehr viel Wichtigeres sind. Das gilt selbstredend auch für die Demokratie und insbesondere für die ungestümen jungen Demokraten in Ägypten. Denen rät die Kanzlerin deshalb, die Sache und vor allem den Diktator nicht zu überstürzen. Nun, Mutti Merkel selbst hat den Fall der eigenen Mauer von der Sauna aus verfolgt, die ihr die sozialistische Misswirtschaft zur Verfügung gestellt hatte. Von ihr können die jungen Wilden lernen, dass man sich nicht frühzeitig auf die eventuell falsche Seite schlagen sollte. Erst muss man herausfinden, wer denn in der schönen neuen Gesellschaftsordnung wohl über den Zugang zur Sauna bestimmen wird. Also immer langsam mit den jungen Kamelen in Ägypten. Denn aus westlicher Sicht hat derzeit eine beängstigende Zahl der demokratische Freiheiten fordernden Menschen in der arabischen Welt zu viele Flausen im und vor allem Tücher auf dem Kopf. Bis neulich.